Wir sind hier auf dem ehemaligen Südbahnhof Gelände. Dieses Areal wird abgebrochen und da kommt ein neuer Hauptbahnhof hin. Mein Name ist Robel Johann und ich bin hier der zuständige Polier auf der Baustelle. Wir sind die Firma POR, die Abteilung POR Umwelttechnik. Unser Hauptbüro ist im 10. Bezug in der Absberggasse Nummer 47. Das Projekt hat ca. 500.000 Kubikmeter umbauter Raum. Wir haben zwei Monate Zeit die Oberflächen von oben abzubrechen, dass wir Erdgeig sind. Und dann haben wir zwei große Bunkeranlagen, die wir in drei Monaten abtreten müssen. Das ist unsere größte Herausforderung. Diese sind drei Monate zusammen. Wir benutzen hier Modelle von 25 Tonnen Beginnend bis zu 70 Tonnen. Das heißt Hitachi 250, 300, 350, 470er. Der Hitachi Baga ist ein sehr großer Vorteil vom Verbrauch her. Er hat ein wenig Treibstoffverbrauch und ist in seiner Art, dass er relativ schnell zum Umbauen gerüstet ist, dass man von einer Longfront, einer Gurtfront umbauen kann, dass man flexibel mit dem Baga arbeiten kann. Der Hitachi Baga ist ein ausgereifter Baga, hat für den Fahrer alle Komfort drinnen, dass sich der Baga-Fahrer auf dem Gerät wohlfühlt und der Tour auch auf der Baustelle in den Tänningstreck und auch auf der Baustelle in den Tänningstreck. Hier ist mit Hköpfen, die Drehzahl von deciding, mit dem Verbrauch herzustellen, auch auf der Baustelle in den Tänningstreck. Vielen Dank.